So, da sind wir und weiter geht es ja mit dem neuen Versuch mit Second Sound Yeah, hallo Second Sound Was ist das denn hier? So ein Kaufhaus, ne? Ah, du bist kackehaftisch Du bist weit weg Du bist weit weg von mir? Hm Wieso bist du nicht in meiner Nähe? Weil du kackehaftisch bist Wie wir haben noch gesagt, hier in ein Einkaufszentrum Warte, ich bin nochmal hier erstmal in die Kassen Das ist ja 75 Schuss Ja, hallo Hallo Hallöchen, hallöchen Feindliche Drohne über uns Feindliche Drohne Die mit ihren scheiß Drohnen Ja, hab ich doch schon alles geplündert Ah, das sind gleich 30 Schuss da Feindliche Drohne aktiv Lass uns weiter hier alles gucken Pistole, Munition, war man nicht Vergammelte Pizza Ich glaube, da war einer, oder? Ja, hier unten Echt? Hast du auf den geschossen? Nein, jetzt geht's nicht weg Nein, jetzt geht's nicht weg Wo ist der? Das ist weg Komm her Komm her Du verlierst dein Boden Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Letzte Deco-Line Cool Oh, da schießt nie Wo? Irgendwo warst du das nicht Irgendwo unten Irgendwo unten war das Ich sehe keinen Ja, ich auch nicht Wollen wir weg hier? Ja Eigentlich habe ich Bock Eingekommen Das Team hat es in die Sicherheitszone Die schießen sogar da drauf Ja, ja, irgendwo Ich darf es mal hin Oh, hinter mir, hinter mir Oh Da hinten Ich sehe keinen Wiederhole, ich sehe keinen Alter Hat mir ein Sniper Alter War hinter diesem Geländer Lieber hier drinnen Erstmal Ja, wir haben ja Zeit Oh, hier haben wir noch nicht Geplündert Vollautomatik Boah, wir haben gutes Geld Hier geht es um Dach Okay Hier sind wir auf dem Dach Das mal die Lage checken Da unten ist ein Fahrzeug Aber das raucht Das ist schon angeschlagen Ach, das geht noch Äh, warte, wie sieht es denn aus? Wo müssen wir denn hin? Na, eigentlich sind die anderen Ja, ein bisschen am Rand sind wir Ja, ein bisschen am Rand sind wir Sag mal, zum Truck und dann eine Runde fahren, oder was? Das können wir machen Wohin denn da Ja, irgendwo mehr so im Zentrum Das war hier, warte mal, ich guck mal kurz Was sagt die Karte? Machen wir heute eine gemütliche Runde, ne? Mal schön angenehm spazieren Ach, da kommt die Zone, ne? Ja Wir haben jetzt eigentlich eine andere Ausflug Bist du hier nicht irgendwo rechts rein? Ah, da ist ja schon mal ein bisschen das Zentrum Oh, da brennt es Oh, da schießt einer Okay Sollen wir hier aussteigen, meinst du? Ja, nach außen Ah, so, siehst du, jetzt sind wir schon etwas mehr an Dein Truppelt, ja, du wirst zu sehen, auf jeden Fall Ich werde gejagt, alter, was? Ja, wieder Da, hier ist einer Ne, da ist ein Bot, glaube ich, oder? Ja, da ist ein Bot Was macht ein Bot hier? Warum laufe, der Bot? Äh, der Feind springt über dem Gebiet ab Auf den Himmel achten Komisch Und das darf ein Job Ich sehe, weil mir lehrt, dass ich es bringt, ob oder nicht Aber der Bildschirm war mir so klein Hm Soldatenabstieg ist hier Okay Also, weil das so aufsteigt Aufdruck abgeschlossen? Ihr seid in Sicherheit Ah, okay Stufenaufstieg Oh, nein Hier links war das Ah, da oben ist er Komm Ah, ich kann das nicht Nein, nein, hier Da Der ist weg, der Sack Alter, was ist das denn? Nein Hinter mir Wo kam denn? Wir sind uns wieder Das sind bestimmt alles Bots oder was, ne? Komm mal, heil mich mal, komm zurück Lass, ich muss das Ich bin's auch tot Oh, da schießt einer, warte Warte Waren das jetzt Bots, meinst du? Ich glaube, der sich gegritt hat, war ein echter Aber der Rest Der mir gerade entgegengekommt Soldaten, ihr seid jetzt in meiner Arena Die letzten zwei auf der drei Meine Gegend Ach, tot Ich weiß hier gar nicht, wer echt ist oder nicht Aber das ist da nur zwei Das war's, wir schicken dich zurück zur Basis Du bist raus Ich bin raus, echt Ah, das ist immer so ärgerlich Das Gas breitet sich aus Sicherheitszone wird verlegt Wichtig, Mann Wir schauen dir zu Das war's Wir sehen uns nächste Runde Wir sagen danke und bis dann Ciao Ciao